hallo und herzlich willkommen zurück zu above snakes ja gerade eingeloggt wir wollten heute moment wo wollen wir hin zur holzwehrleute ja ich glaube schon einmal um den see rum und dann richtung wald na gut wie sieht es mit essen aus essen trinken haben wir noch genug dabei ich sollte gleich wieder blaubeeren sammeln können wir nicht genug haben für unsere blaubeeren schale solange wir noch nicht unter die jägerin gegangen sind ja da sind noch mehr alles mitnehmen essen ist wichtig wieder pflanzenfaser mitnehmen aber glaube ich auch nicht mehr viele von pilze vielleicht haben wir später mal wieder fleisch haben ist mir entkommen ist ist buch wo müssen wir jetzt lang ach da ok hallo weißt du wer bist du hallo ein hund oder was drehen wir die kamera was bist du bist du ein hund wuff wuff streichen kraul 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 er scheint es zu mögen wuff wuff sein halsband ansehen bass wuff wuff na gut bis bald großer holz mit kann ich doch gar nicht äh spielkarte guten guten tag hallo ich freue mich sehr dich kennenzulernen ich bin stark das ist mein bescheidenes zuhause der wald war so ein wundervoller sicherer ort bevor die verlorenen seelen anfingen hier rumzulungern so eine schande zum glück wohne ich nicht im korps creek warum lebst du ja ganz allein fühlst du dich nicht einsam einsam überhaupt nicht und ich lebe darf ich deinen hund haben was kann es denn so ein hund geben die leute in korps creek denen geht es doch gut ein tierschädel eine gewisse größe ja und hat er mir jetzt gesagt was ah ok toll wir müssen jetzt erstmal nach Hause wieder nachdem wir Mr. Stark beklaut haben äh äh uns Sachen ausgebaut haben feder na toll kann man die Kisten hier öffnen ja oh wir können jetzt Fallen bauen machs gut was machs gut was machs gut was sollte dein Herrchen gefressen werden darfst du bei mir wohnen ja wir rennen erstmal wieder brauchen wir noch Steine ich weiß nicht wie viele Steine wir haben ich könnte ja nachgucken aber wir hacken einfach mal ja nehmen wir noch einen mit dann sollte es auf jeden Fall reichen irgendwie müssen wir was essen und mal eine Blaubeeren Schale mhm lecker äh ich bin schon wieder falsch gelaufen ne geht schon einfach Richtung See das können wir alles noch nicht abbauen und dann sind wir wieder zu Hause über die Sand kochen wir erstmal 1, 2, 3 äh nein kochen so 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 machen wir auch mal zack oh wir hatten noch genug Steine auch nicht schlimm moderates Klima äh Quatsch Lichtung ok äh wo setzen wir dich denn hin dreh unternehmen das passt so in den Wald ne aber den müssen wir da ganz schön weit rennen aber den müssen es in ein Waldstück bauen ok wird es was sein ähm wir können den Wald auch noch vergrößern und andererseits ach warum nicht so so essen haben wir genug dabei trinken haben wir genug dabei dann rennen wir jetzt mal wieder zurück so da ist der Holzfäller und dann kommen wir jetzt zur Lichtung Moment bei mir auf meine Superachse wechseln oh oh kommt hier irgendjemand Schlangen ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen ah ich bin weg ich stehe noch nicht ich stehe noch nicht Ja, das kann ich nicht kaputt machen. Ne, kann ich nicht aufnehmen, ist ja gut. Okay. Warum geht der mein... Bin ich vergiftet? Achso, ich bin vergiftet. Ich nehme jetzt einfach mal das Tonicum. Hilft nicht. Verdammt. Ich habe mir zwar Leben wiedergegeben, ich sterbe. Was kann ich tun? Ich weiß es nicht. Mama. Hilfe. Ich muss hier weg. Vielleicht... Äh... Nee, geht noch einen kleinen Moment. Ähm... Ähm, ähm, ähm... Hunger, geistige Gesundheit, da geht's gut. Hunger ist auch okay. Oh, ich weiß es nicht. Wir trinken mal einen Schluck. Okay, Gift ist ja böse. Jetzt sind wir auch total erschöpft. Hm. Ja, habe ich. Eine Axt. Eine Axt. Das kann ich jetzt Bögen erstellen. stille, ein Kurzbogen hier. Sollen die Bogensehne sein? Ach, hier. Okay. Nehmen wir erst mal zurück. Was ist denn das? Eine Hase mit einem Geweih? Was ist denn da gerade so aus, ne? Was ist denn das? Das ist wie eine Hase mit einem Geweih. Das ist ja verrückt. So, dann... Oh, das ist die neue Axt, oder was? Was können die? Außer Holzfäller-Axt. Nachkampfschaden 13. Cool, cool. Ähm, Hammer. Ähm... Ach nee, ich muss bestimmt an die Werkbank, ne? Stufe 2... Okay, wir müssen erst einen Holztisch herstellen. Machen wir. Und dann den Bogenertisch. Ähm... Wo ist er? Ach da. Ähm... Machen wir mal auf die 5. Und dann... Hm... So... Langen Bogen... Wegen können wir überhaupt noch nicht. Na gut, dann stellen wir uns ja nochmal einen Bogen her. Und Pfeile. Machen wir jetzt mal einfach noch einen mehr. Cool, cool. Den stellen wir den mal... Auf die... Drei. Oh, nein. Ähm... Ausrüstung. Den machen wir jetzt mal auf die 3. Den machen wir auf die 4. Die Karte müssen wir ja nicht im Schnellzugriff haben, oder? Muss ich den jetzt noch irgendwie laden? Hm... Okay. Ich kehre zurück zu Stark. Machen wir. Ob ich irgendwas, was mir... Ähm... Die Müdigkeit wegnimmt? Weiß ich nicht mehr. Hm... Nicht wirklich. Hm... Da, Erschöpfung. Warte. Ne. Da muss man echt nah dran stehen. So, jetzt würde ich sagen... Dann machen wir uns Fleisch mit Minze. Und dann machen wir uns davon noch dritt einer ein. Zack. Dann sind wir wieder fit. Dann sind wir wieder fit. Ja, hab ich... Mister Stark. Ich bin jetzt auch ein Jäger. Hm. Tada. Tada. Was hast du denn gemacht? Ja, echt. Ja, echt. Ja, echt. Ich stelle eine Lederrüstung her. Lege die Lederrüstung an. Okay. Meine Herren, jetzt haben wir hier wieder... Das ist halt so Kartografie-Tisch. Aber wäre ganz cool, glaube ich... Aber wäre ganz cool, glaube ich... Wenn wir noch das ein oder andere Stück... Leder erstmal suchen. Hier, Pilz, den wir noch mitnehmen. Zack. Ah. Jetzt sind wir schon wieder raus aus dem Wald. Nein! Oh, ich schieße immer zwei Pfeile. Riecht gut. Mal gucken, wie wir da jetzt Leder ausherstellen. Gehen wir anhand unserem Gerbertisch. Da ist unser See. Okay. Schon sind wir wieder zu Hause. So. Verstärktes Gewand. Dreimal Leder. Okay. Dreimal Leder können wir uns auch gerade leisten. Oh. Oh. So. Verstärktes Gewand. Können wir uns auch gerade einmal leisten. unten. Und jetzt können wir uns eine Lederrüstung erstellen. da daa. Daaa. 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 Wo ist denn unsere Lederrüstung? Oder haben wir die jetzt? Ach, teils ja. Ausrüsten. Ja, wir sind mal richtig cool, oder? Da war schon eine Lederrüstung. Und ich würde sagen, wir gehen schlafen. Wenn schon Nacht ist. Machen wir auch reier. So, dann würde ich sagen, dann gibt es erst mal wieder ein leckerer Blaubeeren. Da können wir uns noch einen. Und eine Flasche Wasser, oder? Ja, sind wir wieder. Vier Feuersteine. Nein! Boah, ich wollte mir mal eine bessere Spitzsacke kriegen. Aber jetzt brauchen wir auch wieder alles, ne? An hohen Stoffen. Wenn wir jetzt alles verbrauchen. Leder, Faser, Stoff, alles weg. Obwohl, stimmt nicht. Stoff können wir uns vielleicht noch herstellen. So, ich glaube, noch einen Feuerstein. Wenn ich richtig mitgezählt habe. Haben wir jedes Mal einen bekommen. So, dann wieder zurück. Und dann können wir das hier freischalten. Gatting. So. Ähm. Musst ja irgendwie in die Wüste, ne? Das ist ja blöd. Wir haben eigentlich noch genug Blaumäher. Unsere neue Axt hier mal ausrüsten. Nehmen wir mal Pflanzenwärmer mit. Neuen Stoff. Ähm. Das können wir halt mal hier. Wir brauchen ganz schön viel, das war halt. Wir brauchen ganz schön viel Blaumäher. Haben wir die schon geblöde? Toll. Ey. Hallo? Ich schieße. Achso, ich muss da hingucken. Ich dachte. Fünf Pfeiler. Wir kriegen jetzt einen eigenen Knochen. Okay. Oh, feine. Cool. Vielleicht können wir hier jetzt nochmal Kreml verkaufen. Den wir hier im Feuer mobsen. Schlüssel. Okay. No. Ne. No. 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 Nicht hauen. Öffnen. Fishing. Okay. Finde den Fischer. Toll. Das hat mir hier einen Handelsposten. Hallo Pferd. Ich konnte dich... Achso, ich muss erst hier wieder annehmen. Dann können wir mit dem Pferd reden. Schnell reisen. Ah. Finde mehr als... Okay. Interessant. Finde den Fischer. Ach, jetzt muss ich wieder zurück. Nein. Gewalt gegen Steine. Aber wenn wir... ...wieder Pfeile brauchen, müssen wir wieder... ...Feuersteine haben. Auf dem Weg nach Hause nehmen wir die mal mit. Aber mit dem Bogen, die hier... ...um den Toten wegzumachen, ist schon ganz schön teuer. Ja. Also, kostet viele Feine, meine ich damit. So. Ach, nehmen wir den auch noch mit. Jetzt tue ich gerade mal ein bisschen strecken hier. Aber wieder zu gemütlich. Bin hier schon mehr oder weniger in mir zusammengesackt. No home sweet home. Fischerhütte. Fischerhütte. Okay. Dann jetzt auf einmal Pflanzenfaser für... ...kein Stein mehr. Hier haben wir... ...auch noch zwei. Wald mit Steg. Äh. ...ein Wasserloch, okay. Okay, okay. Ähm. Jetzt wollte ich mal im KU... ...Stoff. Stellen wir mal zwei Stück her. Was ist eigentlich hier? Bauen wir zwei Leder und drei Lederstreifen. Okay, wir müssen Leder besorgen. Also Fälle. So, so, so. Dann müssen wir uns nochmal ein paar Schülchen machen können. Ähm, Seile. Können wir uns auch mal ein, zwei herstellen. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt schlafen. Und, äh, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Was ist das Schal Driven? Wie ist das Schal voll? Ich bin hier� Investment. Ich bin hier in dem Schal. Ich bin hierher importantly.